Bestimmt hast du schon vom Erdbeben gehört. Ich denke, in dieser Situation dürfen wir alle zusammenhalten und alle unseren Beitrag leisten. Ganz egal, wo es passiert, welchen Menschen es betrifft, wir kommen schlussendlich alle ja von einem Ursprung. Vielleicht weißt du auch, dass ich nach der Liebscher und Pracht Schmerztherapie arbeite. Ja, egal welche Schmerzen du hast, sei es jetzt irgendwie im Kopfbereich, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Brustkorb, Hüfte, Knie, Füße. Und jetzt zum eigentlichen Thema. All die Menschen, die im Monat März sich eine Session bei mir buchen, die erste Behandlung, die sie da buchen, die Kosten gehen zu 100% an die Erdbebenopfer. Im Monat März wirst du dann nicht nur deine Schmerzen loswerden, sondern du wirst auch ganz, ganz viele Menschen, die ihnen es nicht gut geht, ein Lächeln bereiten. Wenn du Interesse hast, dann melde dich, schreib einfach eine E-Mail an kontakt.boschicoach.com und ja, dann kommen wir einfach in Kontakt und klären alle weiteren Schritte. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und dass du bis ans hohe Lebensende, ja, nicht nur voller Schmerzfreiheit, sondern auch von all den negativen Einflüssen im Umweltgeschehen verschont bleibst. Alles Liebe.